Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Canon Academy Radio, dem Podcast der Canon Academy. Mit Talks und Tipps rund um die Themen Fotografie und Video, präsentiert von unserem Moderatoren-Team Olaf Franke und Mustafa Morat. Wow, was für ein Auftakt, Mustafa. Ein ganz neuer Auftakt. Ja, ganz genau. Herzlich Willkommen zur Staffel 2 unseres Podcastes. Und herzlich Willkommen zurück zum Canon Academy Radio. Und ich muss mich jetzt auch erstmal an den neuen Titel gewöhnen. Ich hoffe, er gefällt euch. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben bei der Auswahl. Und ich denke, die zweite Staffel wird mindestens so unterhaltsam wie die erste. Denn wir haben wieder unsere typischen Rubriken, die wir auch bisher immer für euch aufgearbeitet haben. Einerseits haben wir da die Equipment-Tipps und Berichte über aktuelle Neuerscheinungen. Wir haben die Berichte von Veranstaltungen. Und wir haben auch diesmal wieder die beliebte Rubrik über Menschen hinter der Kamera. Und heute haben wir uns dazu einen Gast eingeladen, der die Thematik Videografie mit der Fotografie professionell verbindet. Herzlich Willkommen Moritz Schleifelder oder kurz Mo. Hello. Hallo Moritz, auch von mir ein herzliches Willkommen. Du wohnst in Neustadt an der Weinstraße. Absolut richtig. Das ist in der schönen Fall. Welche Weine bevorzugst du? Wow, gute Frage. Ich war tatsächlich lange kein Wein-Liebhaber bis so Mitte, Ende 20 fast. Und ich glaube, man muss ein bisschen älter werden, um Wein zu mögen. Aber ich bin natürlich der Riesling-Verfechter. Und gerade hier in der Pfalz trinkt man die Riesling-Schorle. Das ist quasi so ein halbes Liter Glas Wein. Und davon ist quasi 95 Prozent Wein. Und dann kommt noch so ein Schluck Wasser drauf. Dann ist immer dann Schorle. Und ja, ich sage mal so drei Stück hat man einen guten Abend von auf jeden Fall. Die Riesling-Schorle ist der beste Wein. Sehr gut. In der Vorbereitung auf unser Gespräch bin ich natürlich auch auf deine Webseite gegangen. Und ich habe dort von dir eine, ich sage mal, Selbstdarstellung gelesen. Da steht von dir der Text. Und in Wahrheit interessiert es niemanden, wie ich zur Fotografie gekommen bin. Damit spielst du ja auf eine durchaus übliche Sache auf Fotografen-Webseiten an. Absolut richtig. Also ich bin hoffentlich der Streit-vermeidendste Mensch der Welt. Das versuche ich zumindest immer. Aber das hat mich immer so bei anderen genervt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen. Und ich kenne niemanden, dem das jetzt wirklich interessieren würde. Und deswegen ist man ja auch nicht da auf der Webseite. Sondern eigentlich will man ja wissen, wie tickt die Person. Und kann ich mir vorstellen, dass dieser Mensch jetzt für mich jetzt meine Bilder, meine Filme machen kann. Vor allem auf einer persönlichen Ebene. Ich vergleiche das oft mit einem Friseur. Also alle schneiden die Haare ja kürzer am Ende des Tages. Aber es gibt trotzdem Friseure, die kosten halt wirklich viel Geld. Und andere machen es für acht Euro, den Schnitt. Und da gibt es auch Unterschiede. Aber warum? Am Ende sind die Haare irgendwie kürzer. Natürlich gibt es ein bisschen Qualitätsunterschiede. Aber es ist doch eher doch wieder die Persönlichkeit. Und warum gehe ich dann zu dieser einen Person? Kriege ich da ein bisschen, ja, wird da mehr auf mich eingegangen? Kann ich besser einen Smalltalk machen vielleicht? Und das habe ich sehr schnell gemerkt, dass es eigentlich viel mehr darum noch geht. Also diese Persönlichkeit. Und das habe ich auch versucht. Und das versuche ich auch auf meiner Webseite sehr stark nach vorne zu treten. Damit die Leute mich sehr schnell kennenlernen. Und dann auch ganz schnell checken, habe ich Bock auf den Typen oder finde ich den voll komisch? Und dann rufen die mich gar nicht an. Und seitdem ich das auch so extrem nach vorne oder so viel Wert drauf lege, dass man das checkt, auch gerade Social Media und so, bin ich eigentlich nicht mehr an falschen Orten, um zu fotografieren. Weil die falschen Leute mich jetzt gar nicht anrufen und ich das jetzt gar nicht rausfinden muss, ob ich da jetzt hinpasse oder nicht. Sehr gut. Moritz, wir haben es gesagt, du bist mit Video und Foto unterwegs. Machst du das als Hybrid oder wechselweise? Also bist du da nur Videograf einmal oder nur Fotograf oder machst du beides auch zusammen? Absolut Hybrid und das eigentlich auch fast schon immer. Am Anfang war es so, weil ich mich nie entscheiden konnte. Und mittlerweile ist es, man hat ja, früher hat man immer gesagt oder so habe ich das immer gelernt von so Coaches und so, du musst dich auf eine Sache fokussieren. Da musst du der Mega-Profi drin sein. Alle müssen das wahrnehmen. Nur dann kannst du richtig krass wahrgenommen werden und viel Geld verdienen und so weiter und so fort. Das habe ich schon irgendwie verstanden, warum das so ist, aber konnte mich trotzdem nicht entscheiden. Und eine Sache war immer sehr schnell langweilig. Also habe ich dann noch immer mehr Sachen gemacht und war dann halt glücklicher. Und jetzt ist es aber so, finde ich, oder das ist mein Eindruck, dass es gar nicht mehr anders geht. Also das Hybrid sogar für den Kunden eigentlich ein absoluter Mehrwert ist, wenn ich beides machen kann. Weil, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wenn man einmal die Person gefunden hat, mit der man gut klarkommt, ist es ja viel geiler, wenn man gleich mit der viel machen kann. Und wenn ich einen Tag irgendwo bin, ich bin viel in Filmen unterwegs, aber auch mit Privatleuten hier und da, dann ist es ja viel geiler, wenn man gleich beides machen kann. Und vielleicht braucht man einen Tag viel Video, aber vielleicht sind so ein paar coole Fotos auch mal nicht schlecht. Dann kann man sich da die halbe Stunde Zeit nehmen. Und wenn man das beides kann, ist es halt der absolute Mehrwert für alle Seiten. Und ich bin natürlich ein bisschen konkurrenzfähiger als bei Leuten, die halt nur eine Sache anbieten. Und man muss aber dazu sagen, dass gerade, ohne jetzt gerade schleimen zu wollen, hier Canon auch so eine geile Leistung gebracht hat. Gerade so die letzten Camps, wo es jetzt so richtig abgeht. Und jetzt macht es das alles so viel einfacher, dass man jetzt eigentlich wirklich hybrid sein muss. Weil es halt so leicht, also es ist halt fast schon, es drängt einen auf, das zu machen, weil es so einfach fast schon ist. Es ist nur ein anderer Knopf eigentlich, mehr oder weniger. Ja, auf jeden Fall. Natürlich ist das Thema Videoschneiden, das ist anders wie Fotobearbeiten und so. Aber auch allein die, für mich war so ein Game Changer die Videosteabilisierung in der R5 zum Beispiel. Ja, vorher war immer klar, wenn ich jetzt Videos schneiden muss, ich muss, wenn ich jetzt Videos drehe zu Fotos machen, muss ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Equipment mitnehmen. Also aus der Hand kriegst du es nicht hin. Mit ein bisschen Glück kannst du was stabilisieren. Aber du kannst dich nicht drauf verlassen. Also musste ich vorher immer wissen, mache ich jetzt auch Video oder nicht. Und jetzt ist es fast so, kann ich es auch noch in der Sekunde noch entscheiden und bin so viel schneller und kann aus der Hand Filme machen, die man später gar nicht erkennt, dass das eigentlich zwei Diesel-R-Kameras, also Quatsch, spiegellose Kameras umhängend waren sogar. Also absoluter Wahnsinn. Ich bin jedes Mal, also ich bin immer am begeisterten von der Technik. Die anderen haben meistens nicht so dann die Ahnung, für die ich das mache. Und ich, wie ein kleines Kind, was es zum ersten Mal, das irgendwie macht, freue ich mich jedes Mal, wie geil das geworden ist und wie fett das aussieht. Ja, das stimmt. Das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Also Ken hat in der letzten Zeit auf jeden Fall einige Kameras rausgehauen, die das wesentlich erleichtern. Auf jeden Fall. Ja, und ich habe gesehen, du hattest ja schon bereits eine ganze Reihe von spannenden Aufträgen oder Projekten. Und du warst zum Beispiel in Rio, in Olympia, in Rio. Und erzähl uns doch mal ein bisschen, wie war es dort? Was hast du da gemacht? Ich werde viel darauf angesprochen, immer noch, obwohl das echt schon ganz schön lange her ist. Aber es ist auch eins der geilsten Jobs gewesen und auch so ein, es gibt ja oft diesen einen Moment, der so ganz viel ändert. Und das war der Job eigentlich so. Als ich da zurückkam, war ich auf einem anderen Level. Da wurden dann weniger Fragen gestellt bei nachträglichen Anfragen und so. Weil natürlich, das war halt dieses eine Ding. Wie für so ein Musiker, der dann einen Hit hat quasi und dann die großen Bühnen spielen kann so ein bisschen. So war das für mich dann so ein bisschen so ein großer Schritt nach vorne. Genau, und das war damals mit den HANA-Twins war ich da unterwegs. Und das sind Marathonläuferinnen, Zwillinge, hübsch, mega lieb, geile Personen einfach. Und mit dem damaligen Trainer. Und wir haben uns supergeil verstanden. Wir haben uns über eine Werbeangentur kennengelernt. Und da haben wir uns echt verliebt, ja, eigentlich ineinander. Und ich habe ein paar Sachen für die gemacht am Anfang für die Webseite. Und dann hieß es, ah, sie laufen für Olympia. Also der große Traum. Und mein Glück war, dass der Trainer halt da Thema Persönlichkeit, also da habe ich das extrem gemerkt, was das ausmacht. Weil ich bin kein Sportfotograf, war ich da schon zehnmal nicht. Und so Leute, für die die Bilder waren, war zum Beispiel Adidas, BMW etc., die hatten gar keinen Bock auf mich. Warum? Warum auch, ja, ich hatte keine Sportfotos als Referenzen. Ich war nicht der richtige Fotograf für die, in deren Augen. Macht Sinn. Aber, die sagen, wenn wir jetzt zwei Wochen nach Rio fahren, also es war ein Jahr vor Olympia, da haben wir quasi nur mit denen Tag und Nacht Bilder gemacht für die Sponsoren. Und die sind da schon mal einen Marathon mitgelaufen, schon mal zum Üben, das Klima zu checken, etc. Das war also quasi ein Jahr vor diesem Trubel. Also wir sind zwei Wochen in Rio und wollen Tag und Nacht machen bei der Action. Wenn wir da einen dabei haben, den wir nicht leiden können, bringt es uns allen nichts zu dieser Trip. Und dann hat der wirklich für mich gekämpft. Das kann man nicht anders sagen. Und gegen die Meinung von Adidas etc. war ich dann da auf einmal in Rio und haben da dann Tag und Nacht Bilder gemacht. Und das war absoluter Wahnsinn, weil die halt mega krass sind. Wir hatten dann auch drei Leute, die immer dort waren. Also wir hatten einen eigenen Bus, der uns dann überall hingefahren hat. Das war alles genau geplant. Adidas hat sehr viel da auch geplant. Da waren also zwei Deutsche von Adidas, die dann quasi auch dort gewohnt haben und genau wussten, wo kann man wie was sein. Und ich habe sehr viele Sachen dort unterschätzt, weil es ist tatsächlich einfach fucking gefährlich da. Es ist einfach so. Und ich habe erst dort Angst bekommen, als dann immer mehr Geschichten aufkamen und man gemerkt hat, okay, es ist alles nicht so safe. Aber die Bilder, wir sind gleich im deutschen Rhythmus geblieben von der Zeit her. Also wegen der Zeitverschiebung haben wir uns gleich gespart. Also waren wir vier Uhr morgens wach, also jeden Tag Sonnenaufgang. Als wir dann im Hotel gefrühstückt haben, hatten wir schon fünf Stunden Bilder im Kasten. Also bis zum Sonnenuntergang und dann waren wir halt irgendwie um acht im Bett. Das war für meine damalige Partyzeit eigentlich überhaupt nichts. Ich dachte immer, ich verpasse jetzt noch alles, aber es war genau das Richtige dort. Und wir waren halt an den geilsten Plätzen zu den geilsten Zeiten. Und egal, was ich gemacht habe, es waren halt großartige Bilder. Also der eigentliche Leitspruch, den wir als Sportfotografen immer haben, kenne deinen Sport, den hast du gerade im Grunde genommen auf den Kopf gestellt. Kenne deinen Sport, um die besten Bilder zu machen, wie man also hört. Und wie man auf deiner Webseite auch sieht, ist das nur ein Teil der Wahrheit. Natürlich hast du nicht reine Sportfotos gemacht in dem Sinne oder nur Sportfotos gemacht, sondern es ist auch sehr viel Atmosphäre dabei, was ich auch immer sehr schön finde, wenn dann eben die Umgebung mit einbezogen wird und nicht der Wettbewerb geschildert wird. Aber sicherlich auch nochmal ein Ansporn für viele Zuhörende, die dann einfach mal sagen können, auch wenn ich den Sport nicht kenne, ich mache einfach mal ein paar tolle Fotos in einer tollen Umgebung. Ja, und so kann es dann laufen, dass das so ein Wendepunkt in deiner Karriere ist. Das ist sehr interessant zu hören und auch für jeden, der zuhört. Einfach dranbleiben und einfach mal ins kalte Wasser springen. Da kann immer was draus werden. Ja, und dann hast du noch ein weiteres Projekt, das habe ich gesehen, mit Canon. Da warst du in Lapland. Was hast du denn da gemacht? Ja gut, das war, also das ist ja wirklich das Thema, also da habe ich jetzt wenig für gemacht. Das war tatsächlich eine richtig geile Glückssache. Es wurde ausgeschrieben, dass das Canon, da ging es glaube ich auch um die C200, die ein bisschen zu promoten und ein neues Objektiv dafür. Und da habe ich mich eingetragen und wurde dann einer von dreien ausgewählt, Gewinnspiel etc. Und irgendwie war, es war wirklich so drei Tage vorher kam eine Mail, ah ja, herzliches Gewunsch, du bist dabei, pack deine Sachen, es wird minus 30 Grad. So. Und das war eine sehr kurze Mail. Und Gott sei Dank hatte ich dann doch noch Zeit, weil es war dann bestimmt eine halbe Zeit dazwischen. Und dann stand ich da morgens irgendwie um fünf am Flughafen in Stuttgart und los ging's. Und es waren wirklich zwei andere außer mir, plus Webagentur, plus einer von euch, von Canon. Und das war einfach ein unfassbarer Trip. Und das Geile ist, dass ich mit fast allen bis heute mega engen Kontakt habe. Und einer, der dabei war, ist auch bei euch Ambassador, ist Robert Mark Lehmann gewesen. Den habe ich da kennengelernt, der war damals noch nicht so groß wie heute. Jetzt ist der ja völlig durch die Decke gegangen mit eigenen Fernsehsendungen etc. Für die Agentur, die dabei war, habe ich später Filme und Fotos gemacht. Also bis heute, gerade vor ein paar Wochen, haben wir das letzte Mal einen Job zusammen gehabt. Also für mich ein mega geiler Trip. Und dieser Trip war eh abgefahren. Wir waren dann quasi dort als Fotografen, als Filmer, um die C200 zusammen mit dem Objektiv zu testen. Auch in diesen widrigen Bedingungen bei bis zu minus 30 Grad auf dem Hundeschlitten. Wir hatten Eis in den Augen, weil so Eiszapfen von den Wimpern runterhingen und so. Und man kam gar nicht mehr, also man konnte es irgendwie gar nicht so wahrnehmen. Ich habe das erst so über die Zeit später, als ich dann diesen Film dann aus dem Material, was wir dann da quasi ohne Plan mehr oder weniger gedreht haben. Habe ich dann später so einen kleinen Film draus geschnitten. Und da ist es mir erst so bewusst geworden, was wir da eigentlich alles erlebt haben. Und da, weil dann die Szenen auch so schön waren, sind die halt auch bis heute auf der Website zu sehen. Und sind auch die natürlich, die einen am ehesten anziehen. Absolut. Ich hätte fast gesagt, erzähl noch mehr von diesem Thema, weil da wird mir bei 36 Grad Außentemperatur aktuell ganz warm ums Herz, beziehungsweise ganz kalt ums Herz. Absolut. Ja, also was man sagen muss, also ich habe danach auch direkt mir die C200 gekauft. Bis heute liebe ich diese Kamera und habe die auch im Einsatz. Genau, und dafür liebe ich übrigens auch Canon. Also irgendwie komme ich wieder ins, aber ja, also die Lobbudelei ist ja durchaus angebracht. Hat Astrein funktioniert. Der Akku hat den halben, dreiviertel Tag gehalten und zwar nur einer. Ich hatte eine neue GoPro dabei, an den Schlitten zu schrauben und da ging der Akku erst gar nicht an. Die C200 habe ich hier liegen, ja. Das ist auf jeden Fall ein Biest. Das kann einiges ab. Absolut. Und deswegen ist auch für mich so ein großer Grund für Canon, weil ich immer so Thema Sicherheit vor allem und habe es da extrem gemerkt, wie man sich einfach darauf verlassen kann und wurde auch nie enttäuscht bis heute. Du hattest da ja auch die Gelegenheit mit Schlittenhunden zu filmen. Kannst du vielleicht da noch ein bisschen was zu erzählen? Ich frage deshalb, der konkrete Hintergrund ist, wir bieten ja mit der Canon Academy auch regelmäßig im Frühjahr immer einen Kurs an, der bisher leider immer wieder abgesagt wurde aufgrund der bekannten Problematik mit dem bösen Virus. Da geht es darum, gerade Schlittenhunde rennen zu fotografieren. Wie lief das da bei dir? Wir haben jetzt weniger da Fotografie. Wir haben eher gefilmt bei dem Trip, weil wie gesagt, es ging um die C200 und die Linse. So während wir auf dem Schlitten waren, war es tatsächlich heikel, schwer und fast unmöglich zu filmen, weil man natürlich diesen Schlitten nicht verlieren darf. Wenn du da einmal abkommst, die Hunde rennen weg. Also die kommen dann irgendwann wieder oder irgendwann sind sie kaputt, aber es dauert. Die haben halt eine Runde, die die halt antrainiert bekommen ihr Leben lang. Aber du darfst diesen Schlitten einfach nicht verlieren und die sind einfach weg, die Hunde. Und deswegen haben wir, glaube ich, weniger gefilmt, während wir drauf waren. Aber wir haben dann immer kurze Pause gemacht. Da hat sich einer hingestellt, dann beim Vorbeilaufen auch mal mit der Drohne etc. Und das ist halt krass. Und weil man so in diesem Adrenalin ist und man will ja auch die geilsten Aufnahmen machen, waren auch schnell die Handschuhe weg. Also es war dann völlig egal, weil man konnte dann halt schneller und besser filmen. Völlig wurscht. Alles geben für die gute Aufnahme. Und weil das halt so ein übernatürliches Erlebnis ist, wenn man das vorher noch nicht gemacht hat, sieht man da ja auch so viel. Also fällt es einem so leicht und die Aufnahmen danach sind abartig. Also solange die Kameras das mitmachen bei den Temperaturen, ist das abgefahren. Und die sind schon schnell, die Hunde. Also ich weiß es nicht mehr, wie schnell es war, aber es war schon schnell. Aber man muss jetzt nicht, wie beim Rennauto oder so, extrem darauf achten. Und das ist aber, die sind so geil, die hecheln, die pinkeln und kacken während sie rennen. Und also da ist wirklich alles dabei. Und es gibt einfach nur, man kann da gar keine schlechten Aufnahmen machen. So viel, um da die Angst wegzunehmen. Das ist fast nicht möglich. Selbst wenn sie alle unscharf gewesen wären, wären es immer noch geile Bilder gewesen, mit Sicherheit. Wäre auch noch episch gewesen. Absolut, absolut. Also mich hat ja am meisten beeindruckt, dein Projekt, wo du ganz hoch hinaus durftest. Und zwar mit den Industriekletterern auf ein Windrad. Hier ganz in der Nähe von Berlin, ganz offensichtlich. Das war doch sicherlich auch sehr spannend, oder? Absolut. Und auch da denkt man, ich habe schon Höhenangst, aber ich suche schon immer auch alles mit Höhe. Einfach, um sich selber auch zu triggern und ein bisschen besser zu werden. Und Windrad war klar, weil wann darfst du denn schon als normaler Mensch auf ein Windrad hoch? Das ist schon mal Nummer eins. Und dann sind wir da hochgefahren. Und das ist halt so ein Fahrstuhl, der eigentlich so für zwei Personen ist. Dann waren da halt doch vier drin. Und man fährt halt so fünfeinhalb Minuten da hoch. Und so die erste Minute geht noch. Dann denkst du so, man hört denn das endlich mal auf. Aber es ist halt hoch und hoch und hoch und dann steigst du aus und bist halt, da ist halt kein Geländer oder so. Du hängst halt an so einem Seil. Die anderen gar nicht. Die haben da einfach oben nur rumgechillt. Es ist halt Wind ohne Ende. Da haben wir noch so ein paar Interviews aufgenommen. Und ich konnte mich eigentlich gar nicht konzentrieren, was die sagen. Ich war einfach nur so, ich fälle die Kamera nicht runter. Und falle ich jetzt nicht runter. Obwohl ich ja eigentlich festgemacht war. Und am Ende hieß es halt, wir können halt eigentlich nur vorne rum raus. Also wir mussten uns quasi oben drüber halt abseilen und dann halt runter. Und ein großes Problem dabei ist, weil runterlaufen ist super anstrengend, weil du nur die Leiter nutzen kannst scheinbar. Also es ist total, war nicht so leicht. Und die arbeiten nun mal draußen. Also die arbeiten halt an diesem Windrad und reparieren das, fotografieren das, machen da irgendwelche Details. Und ich wollte eigentlich mutig, wie ich war, dann seile ich mich halt neben dir ab und filme dich halt, während du da rumhängst. Gut, daraus ist wenig. Also ich musste mich halt abseilen und dann hing ich da. Aber die einzige Sorge war, sich halt einfach nicht in die Hosen zu machen tatsächlich. Das war eine ernstzunehmende Sorge. Funfact dabei, weil die hängen acht Stunden da am Stück rum, weil es halt wirklich lang dauert, bis du oben bist und wieder unten bist. Also da gehst du nicht runter, um auf Toilette zu gehen. Und wenn man halt muss, dann gibt es halt Funkspruch, Achtung, Goldregen. Dann gehen die Leute unten halt ein paar Schritte zurück und dann wird halt runtergewinkelt. So viel dazu. Also ich wusste schon, was ich sagen muss, wenn es zu spät ist. Hat nichts gebracht, aber es war tatsächlich, hing ich da. Ich habe damals auch geraucht und habe versucht, eine dann noch in der Pause zu rauchen dort, während ich hing und vom Wind hin und her geweht wurde. Habe aber immer die Kippen vor Angst zerbrochen, weil ich die so fest hatte in der Hand und ich konnte meinen Körper nicht steuern. Und der neben mir hat sich einfach gemütlich eine gedreht und hat halt nicht ein Stück Tabak verloren. Ja, aber warum fährt denn der Fahrstuhl nicht zurück, also runter? Also es ging schon irgendwie, aber irgendwas war, dass es nicht, auf Sicherheitsgründen durfte man das nicht oder was. Ich erinnere mich nicht mehr so richtig. Außerdem war ja auch die eigentliche Aufgabe, dass die auch draußen arbeiten, das mitzunehmen. Also es war eigentlich, wahrscheinlich haben die mich einfach gezwungen, dass ich nicht aus Schiss runterfahre mit dem Fahrstuhl. Ich glaube, die wollten dich testen. Ja, genau. Ich glaube auch, dass die einfach nur wollten, dass ich halt nicht aus Schiss den Fahrstuhl wieder runternehme, sondern halt wirklich mich vom Seil abseile. Und das habe ich dann Gott sei Dank gemacht, auch wenn die Angst sehr groß war. Aber ja, also ich wollte ja eigentlich währenddessen auch filmen, also während ihrer Arbeit. Aber ich war so verkrampft, ich konnte meinen Körper nicht bewegen, dass quasi mir der eine Kletterer einfach die Kamera abgenommen hat und hat sie selber ein bisschen gefilmt. Aber wir hatten auch geile Drohnenaufnahmen, das hat es auch ein bisschen gerettet. Aber ich hätte wahrscheinlich die Kamera einfach losgelassen oder gar nichts machen können. Also das war völlig abgefahren. Sehr cool. Ja, wie wir hören, einige spannende Projekte auf jeden Fall dabei. Und apropos Kamera, Equipment, das würde mich mal interessieren, das interessiert unsere Zuhörer bestimmt auch oder Zuhörerinnen. Was hast du für Equipment? Welche Kameras, welches Zubehör, welche Objektive und warum? Ja, also meine Hauptfilmkamera, wenn ich nur filme, ist tatsächlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, die C200 nach wie vor. Ich liebe die einfach. Die ist einfach von der Größe, von dem, was sie kann. Ich kann Mikro anschließen. Sie geht bei minus 30 Grad. Sie filmt drei Tage lang am Stück, wenn ich das möchte. Mega geil. Und ansonsten habe ich die R5 und die R6. Die habe ich mir gleich gekauft, als die rauskamen, weil als ich die Specs, Specs sage ich schon, im Pelzestor, gell? Also, wie ich Specs gelesen habe, war, da habe ich fast meine Traumkamera. Und dann denke ich so, besser geht es gar nicht mehr, egal wie. Ich brauche die jetzt und seitdem bin ich auch sehr, sehr glücklich. Vor allem, wenn es um dieses Hybride ging. Also, endlich konnte ich auch mal die Kamera in die Hand nehmen und sie hat nicht komplett gewackelt. Geile Filmfunktion. Ganz schnell kann ich auf geile Fotos umswitchen. In einer geilen Auflösung. Ich brauche immer so ein bisschen mehr Auflösung, gerade wenn man mit Agenturen viel arbeitet, wollen die natürlich auch. Also, es reichen die 20 Pixel einfach meistens nicht. Also, das ist dann doch zu semi dann noch. Und ich bin total froh, dass es dann da mehr ging. Und ich finde, das sind die absoluten Alleskönner. Klar, ist halt kein XLR-Anschluss. Und so, wenn ich halt lange filme oder so wirklich Imagefilme, dann in RAW mit der C200, ist das halt dann doch immer noch unschlagbar. Aber gerade, wenn es Hybrid geht, die R5 und die R6, absoluter Wahnsinn. Und das sind die Kameras, mit denen ich immer arbeite. Ansonsten, Zubehör wird immer weniger. Früher immer ganz viel gekauft. Je mehr man hatte, umso besser. Von irgendwelchen Steadicam-Geschichten und was weiß ich. Es wird alles weniger. Ich habe teilweise die Kameras umhängen und mache alles aus der Hand. Also, je nach Zeit und so. Aber ich habe dann halt doch noch einen Gimbal, den ich eher für die C200 benutze. Ansonsten, nicht mehr klar, Licht ohne Ende, Mikro, Audio-Kram und so weiter. Linsen habe ich auch natürlich ein paar. Ich liebe tatsächlich nach wie vor das gute alte 14mm von Canon, das 2,8er. Also eine uralte Linse. Sieht auch total kaputt aus bei mir schon. Aber jedes Mal nutze ich die mindestens einmal kurz. Ich liebe diese Linse. Ich habe vieles 35mm, ist eine absolute Lieblingssensee, 50mm. Und viel näher dran gehe ich meistens nicht. Ich habe noch das 100mm Makro von Canon, was ich auch total liebe. Auch mal für Porträts. Und mit denen arbeite ich am meisten. Natürlich als Backup noch ein 24-70er und ein 70-200. Aber da ich selten im Tele-Bereich unterwegs bin, habe ich die zwar in meiner Tasche. Falls mal irgendwas kaputt geht und ich doch die Brennweiten unbedingt brauche. Ansonsten, aber nutze ich eigentlich nie. Aber du bist hauptsächlich mit Festbrennweiten unterwegs. Nur eigentlich, ja. Ist bei mir eigentlich auch so. Fast immer. Ich kann es nicht beschreiben, warum es ist. Aber immer wenn ich mit den Zooms arbeite, denke ich immer, das stimmt was nicht. Also es sieht dann nicht ganz so geil aus. Nicht so knackig. Ich bin zu wenig Techniker, um das jetzt beschreiben zu können. Ich fotografiere auch anders oder ich filme auch anders. Und wenn man eine Festbrennweite drauf hat, muss man ein bisschen mehr arbeiten. Man ist weniger. Und man macht sich vorher ein paar Gedanken vielleicht mehr. Oder ich kann es nicht ganz genau beschreiben. Aber passiert auch was Psychologisches im Kopf irgendwie. Ja, das geht mir auch so. Also ich bin auch überwiegend mit Festbrennweiten unterwegs. Und irgendwie ist das Bild, die Bildsprache, irgendwas, ja, weiß nicht, packt einen da. Das ist schwierig zu erklären. Aber man sieht es und jeder, der das dann sieht, sagt dann auch, ja, sieht gut aus. Ja, ja, ihr Filmer und eure Gefühle zu den Linsen. Ich weiß schon. Ist es bei denen nicht so? Nee, überhaupt nicht. Ich nutze nahezu ausschließlich Zoom-Brennweiten. Das ist ja ein Ding. Das wusste ich gar nicht. Wusstest du nicht? Na ja, gut. Als hauptsächlich Sportfotograf bist du natürlich darauf angewiesen. Wenn du jetzt aber so normal Portraits oder so machen würdest, würdest du doch auch Festbrennweiten nehmen. Eigentlich selten. Nee, dann nehme ich die Zoom-Linsen. Die sind so toll, so großartig. Ich wollte auch nie sagen, dass sie schlecht sind. Also, aber der Vergleich ist anders. Aber ich glaube auch, je nachdem, was man macht. Wie du sagst, Sport, wenn ich jetzt viel Presse machen würde, wenn ich jetzt schnell, also wenn ich super schnell viele Sachen sicher drin haben müsste, dann würde ich wahrscheinlich auch eher auf sowas zielen. Aber ich mache auch zum Beispiel so acht, neun Hochzeiten im Jahr. So suche ich mir auch noch raus, einfach eine ganz andere Welt zu sehen. Ich liebe das. Auch da habe ich nur Festbrennweiten. Aber da kann ich es mir auch irgendwie aussuchen, wie ich hier arbeite. Klar könnte man es sich leicht machen. Machst du halt auf der einen Kamera 24, 70 und auf der anderen 70, 200. Hast du alles immer da. Mussten die wechseln. Aber ich mache auch da zu 90 Prozent 35er. Moritz, du hattest uns ja schon zum Anfang so ein bisschen über deine Webseite erzählt und über die, ich sage mal, besondere Philosophie, wie du darüber die Kundenansprache tätigst. Ich glaube, es ist für viele Zuhörende noch ganz interessant, wie du denn an deine Kunden eigentlich kommst. Wenn sie denn sagen, ich will mich hier ein bisschen professionalisieren mit meinem vielleicht Hobby, ich habe eine gute Ausrüstung. Aber wo sind denn meine Kunden? Wie finde ich die denn? Ich meine, gleich, ich sage mal, hochprofessionelle Einsätze zu bekommen, ist natürlich zwar immer ein Herzenswunsch, aber sicherlich schwer möglich. Wie hast du denn da angefangen? Wie kommt man in dieses Business? Ich bin den harten Weg gegangen. Ich habe tatsächlich überlegt, für wen möchte ich arbeiten, was möchte ich tun. Bin dann dahin und habe gesagt, ey Leute, ich will für euch kostenlos diesen Film machen, diese Fotos machen. Lasst mich. Ihr könnt sie danach benutzen, wenn sie euch gefallen, wie ihr wollt. Und wenn sie euch nicht gefallen, dann habt ihr vielleicht ein bisschen Zeit verloren, aber zumindest kein Geld auszugeben. Dafür darf ich danach damit Werbung machen. Also ich darf die auf meine Website bringen, etc. Und das habe ich gemacht. Und so habe ich mir zum einen natürlich ein Portfolio aufbauen können. Ich konnte ja anderen Leuten zeigen, was ich kann. Ich konnte selber checken, was ich kann und wie ich besser werde, weil vorher geht es ja gar nicht. Und plus, dass die Leute, denen das schon gefallen hat am Anfang, war ja schon mein erster Kundenstamm, deren anderen Kunden, Freunde, etc., die mich dann auch weiterempfohlen haben. Und so habe ich quasi die ersten Leute bekommen. Und das ging recht schnell. Also klar, man muss am Anfang was geben. Es kostet Zeit, es kostet Energie. Ich habe teilweise Hotelzimmer tagelang genommen, weil es weiter weg war. Völlig egal. Oder man zahlt sogar mal ein Model, wenn man das machen möchte. Also wirklich reinbuttern, was geht. Lieber ein bisschen mehr als andere. Und dann wirst du belohnt, indem du dann halt quasi die geilen Sachen hast. Und man muss den Absprung schaffen. Dann irgendwann sagen, okay, ab jetzt bin ich es mir wert. Und so weiter und so fort. Und dann geht es. Und es geht recht schnell, aber man muss es schon ein bisschen reinbuttern. Ich habe vor kurzem ein kleines Video mal darüber gemacht, also genau, um das zu erzählen, auf Instagram. Und ein Kumpel von mir ist Banker. Und da kamst du mir so, Alter, kostenlos arbeiten? Das geht, also was hast du denn du für Business-Tipps, ey? Also in denen seiner Welt ging das gar nicht klar. Weil für denen war das klar, ich mache eine Ausbildung, kriege mein Geld. Danach bin ich angestellt und kriege mein Leben lang Geld. Aber so klappt halt die Selbstständigkeit schon gar nicht in der kreativen Branche als Fotograf oder Filmer. Genau. Du brauchst die Gelegenheiten sozusagen und die hast du dir dann in deinem Fall dann eben auch kostenlos zunächst mal. Ich mache das hier und da immer noch. Also man gibt ja auch mal Tipps, dass man auch mal weiterhin freie Arbeiten macht. Und das ist ja auch nichts anderes. Zum einen kannst du in den freien Arbeiten ja neue Skills ausprobieren. Du kannst wieder ein bisschen freier arbeiten, weil wenn du für was bezahlt wirst, musst du liefern. Dann ist kein Platz, um Experimente zu machen eigentlich. Und mit den freien Sachen kannst du dir entweder neue Leute erschließen etc. Ich habe jetzt auch demnächst eine große Anfrage bekommen für wirklich viele. Ich glaube, da geht es um 500 Porträts. Also von wirklich von der Stadt quasi die ganze Mannschaft zu fotografieren mehrere Wochen lang. Und da will ich halt schon auch einen anderen Stil nochmal haben. Ich will das ein bisschen besonderer machen. Und auch wie skaliert man eine Sache, die man sonst mit 30, 40 Leuten mal macht. Wenn es viel sind, auf einmal auf 500. Also mache ich da ein Testshooting vorher. Und tobe mich mal einen halben Tag hier aus. Und mache auch mal ein paar kreativere Lichtideen, damit es für die auch cooler aussieht. Habe für die dann das optimale, für die angepasste Setup. Und ich weiß genau, wenn ich da hingehe, was ich machen muss. Das kann dann gar nicht schief gehen. Und auch das ist ja auch eine Art, dass das klappen kann. Also auch eine Art freier Arbeit, um danach wieder einen Job zu bekommen. Als freie Arbeit hattest du ja auch mal begonnen, einen eigenen Podcast zu produzieren. Absolut, ja, genau. Ich bin ein riesen Podcast-Fan, wie mittlerweile ja viele. Ich habe sogar ganz, ganz, ganz früh als Podcast noch nicht groß war und tatsächlich auch mal einen gehabt. Das war, als ich meine Audiosachen gemacht habe. Ich komme ursprünglich aus dem Audio-Bereich. Ich bin Audio-Ingenieur gelernt tatsächlich. Und da gab es quasi fast keine Podcasts. Da war noch iTunes, war der große Podcast-Dienstleister. Und da habe ich Hörbücher eingelesen. Also da habe ich Kurzgeschichten aus irgendwelchen Foren genommen. Also mit deren Erlaubnis habe ich dann vorgelesen. Und andere Leute haben das gehört. Und dann war ich sogar auf der Startseite von iTunes und hatte dann so wöchentliche 10.000 Hörer. Was damals halt eine unfassbare Zahl war. Das ist heute fast schon wieder lächerlich. Wobei es auch schon für heute noch viel war. Damals war das, wie als hättest du heute Millionen quasi. Habe aber dann aus zeitlichen Gründen doch wieder nichts draus gemacht und habe dann aufgehört. Und bin aber ein riesen Fan geworden von diesem Interview-Podcast. Weil mich einfach andere Leute derbe interessieren aus allen Bereichen. Und ich merke allein, in meinem Beruf begegne ich so viele Menschen, die so krass drauf sind. Und so verrückte Sachen machen, die nicht in den Medien schon in tausend Podcasts und Shows waren. Die will ich mal vors Mikro holen. Und so habe ich gedacht, ich treffe mich einmal die Woche mit Leuten, die ich interessant finde. Und die frage ich einfach alles, was ich über die wissen will. Egal aus welchem Bereich erst mal. Und habe das auch eine Zeit lang gemacht. Und auch sehr, also jetzt von den Klickzahlen okay. Also kann natürlich immer mehr sein. Aber alles gut ist ja auch ein Nischending. Es sind jetzt nur wenig Promis drin gewesen. Also nicht die richtig großen. Dann kriegst du natürlich nicht die Millionen Klickzahlen. Aber es hat mega Bock gemacht. Ich habe auch gelernt, wie man mal krasse Gespräche führt. Wie man sich auf ein Interview vorbereitet. Also eine Stunde lang so ein Interview führen ist einen halben Tag Arbeit für mich gewesen in der Vorbereitung. Also auch sehr schwierig natürlich auf Dauer umzusetzen. Und ich wollte mich mit den Leuten persönlich treffen. Das war für mich immer ganz wichtig. Auch gerade mit den Menschen, die ich vorher noch nicht kannte. Auch nicht ganz uneigennützig. Weil wenn man sich natürlich auch persönlich mag und eine Verbindung hat, wer weiß, was draußen stehen konnte. Es sind auch tatsächlich ein paar Sachen draußen entstanden. Und ja, aber dann kam halt Corona. Und man konnte sich halt eben nicht mehr so persönlich treffen. Und dann ist es so ein bisschen eingeschlafen. Und dann kamen wieder ganz viele andere Jobs. Und deswegen ist der seit Mitte Corona-Zeit irgendwie so ein bisschen auf Halt. Aber ich habe nicht aufgehört. Ich pausiere eh nur. Aber ich werde den bald wieder aktivieren. Sag uns noch, wie der heißt für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie heißt der Podcast? Der heißt Hey Du Podcast. Hey Du Podcast. Genau, mit dem Untertitel nicht noch ein Interview-Podcast. So ein bisschen selbstironisch, weil es ja schon einige gibt, ja. Horst, ich könnte glaube ich, wir könnten mit dir noch stundenlang reden. Das sind ja wirklich sehr interessante Geschichten, die du uns erzählt hast. Aber auch unsere Sendezeit ist begrenzt, hätte ich fast gesagt. Aber wir wollen schon sehen, dass wir für einen regelmäßigen Rahmen auch zeitlich passen. Und insofern sind wir jetzt eigentlich an der Stelle, wo wir uns von dir verabschieden müssen und uns auch bedanken wollen ganz herzlich für deine wirklich sehr, sehr interessanten Informationen. Aber eine Sache habe ich noch. Du hast einen Lieblingswitz. Ja, also ich habe schon viele, also wenn ich mit Witzen anfange bei meinen Freunden, haben die schon alle keinen Bock mehr. Also wir waren jetzt gerade eine Woche in Italien im Urlaub, die hatten alle keinen Bock mehr auf mich, weil ich dauernd irgendwelche Flachwitze und ich habe dann teilweise mir Sendungen angeguckt mit irgendwelchen Comedias, damit ich neue Witze mir wieder aufsaugen kann. Aber wirklich diese eine Witze, soll ich ihn euch erzählen? Ja, natürlich. Okay, ich finde ihn auch immer noch großartig. Kommt ein Pinguin zum Fotografen und hätte keinen Passbilder und dann fragt der Fotograf ja in schwarz-weiß oder in Farbe, sagt der Pinguin aufs Maul. Also ich liebe diesen Witz so sehr einfach. Und er spricht für den Geschmack meiner weiteren Witze. Besseres Schlusswort hätten wir nicht finden können. Herzlichen Dank nochmal für das Gespräch. Schön, dass du bei uns warst und vielleicht trifft man sich auch tatsächlich mal persönlich. Ja, danke auch von meiner Seite und ja, war sehr spannend mit dir. Vielen Dank. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank, es war mir eine große Ehre bei euch zu sein. Ja, ich hätte noch stundenlang auch weitererzählen können und auch gerne viele Sachen über euch noch erfahren. Sehr gerne, vielleicht beim nächsten Podcast. Gerne, gerne. Alles Gute. So, das war's mit Moritz. Tolles Gespräch, toller Fotograf, tolles Interview fand ich. Ja, wirklich, sehr schöne Eindrücke, die uns der Moritz dort gegeben hat und ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie uns und darum geht's beim nächsten Mal. Ja, und beim nächsten Mal, da sind wir unterwegs und verlassen unsere Homestudios. Wo geht's denn hin, Olaf? Na, die Fotopia steht bevor, die Fotopia, die große Fotomesse in Hamburg und wir werden euch ganz, ganz viele Eindrücke von dort mitbringen. Seid gespannt und lasst euch überraschen. Das war's für diesmal. Canon Academy Radio sagt Danke fürs Anklicken und Zuhören. Weitere Podcast-Folgen und alle Angebote der Canon Academy findest du unter academy.canon.de Wir sind ja, und 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 wir Vielen Dank.